bundeskanzler scholz fordert anhebung mindestlohn auf 15 euro mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid 24d meine damen und herren ich hatte es ja kürzlich auf rentenbescheid 24d veröffentlicht wie hoch denn eine rente ist wenn man bei 15 euro mindestlohn 45 jahre arbeitet ich bin darauf ungefähr 1221 euro brutto rente gekommen wir haben ja aktuell den mindestlohn 12 41 der ist gestiegen von 12 euro auf 12 41 im jahr 2024 und im für das jahr 2025 liegt dann wohl bei 12 euro 82 oder 84 cent meine damen und herren diese anhebung von 12 41 auf 12 84 oder generell von 12 euro auf 12 41 ist das wissen wir alle total lächerlich und es gab hier auch einen tabu bruch und genau diesen tabu bruch greift kanzler scholz an und zwar in einem interview im stern vom veröffentlicht heute am 14 mai 2024 ich zeige ihnen das mal hier steht kanzler scholz fordert anhebung des mindestlohnes meine damen und herren und zwar ist das zu wenig findet kanzler scholz ich sage auch ja das ist zu wenig und er fordert eine deutliche erhöhung auch auf die frage ob denn die deutschen zu faul seien antwortet er im stern interview dazu habe ich ein extra video gedreht was heute am oder was am 14 mai 2024 auf unserem youtube kanal rentenbescheid 24 die auch veröffentlicht wird der bundeskanzler scholz hat sich für eine kräftige erhöhung auf den mindestlohn ausgesprochen er ist erstmal dafür dass der mindestlohn von aktuell 12 41 auf 14 euro steigt und dann im nächsten schritt auf 15 euro und er verknüpft seine forderung meine damen und herren ja sie staunen kanzler scholz geht hier voll auf angriff und zwar gegen die ftp verknüpft seine forderung mit harter kritik mit harter kritik an die mindestlohnkommission nach der anhebung auf 12 euro zu beginn dieser wahlperiode haben einige mitglieder der mindestlohnkommission so steht jetzt hier die jährlichen anhebung die die jährliche anhebung vornehmen soll leider mit der sozialpartnerschaftlichen tradition gebrochen einvernehmlich zu entscheiden die arbeitgeber haben nur auf einer mini anpassung beharrt das war ein tabubruch meine damen und herren ich sage auch die anhebung 12 41 ist viel zu wenig die anhebung von 12 euro auf 12 41 war viel zu wenig wer ein bisschen ahnung von rentenrecht hat der wird relativ schnell ausrechnen können dass bei 35 jahren 40 jahren bei 14 euro mindestlohn oder 15 euro mindestlohn gerade so die grenze erreicht ist wo man halbwegs armutsfest eine altersrente bekommt und ich komme ja aus halle saale in sachsen-anhalt und ich weiß was dort wirtschaftlich los ist und ich weiß auch wie dort unter welchen bedingungen die menschen in sachsen-anhalt teilweise arbeiten ich komme ich habe viele kontakte auch in dem bereich südharz mannsfeld südharz sangerhausen da können sie sich gar nicht vorstellen was dort los ist wie sehr die leute dort an ihre arbeitsplätze gebunden sind die natürlich nicht weggehen wollen ist auch völlig klar weil sie dort ihre heimat haben wie die dort unter welchen bedingungen die dort zum teil arbeiten müssen das kann sich im westen überhaupt keiner vorstellen dass sowas überhaupt möglich ist wie viele überstunden hier gemacht werden die leider auch nicht bezahlt werden oder oft nicht bezahlt werden meine damen und herren deswegen ich sage es ganz knallhart mindestlohn 15 euro ist das wirklich das mindeste was ich sehe damit man später mal eine halbwegs vernünftig armutsfeste rente bekommen kann ich gehe davon aus dass unser bundeskanzler schulz hier voll auf attacke jemand man sieht es hier im bild ein bisschen hier ist die maus voll auf attacke gegen den herrn lindner geht denn der herr lindner hat ja nun auch die daumenschrauben immer im rentenpaket 2 angezogen ich gehe davon aus dass hier ein gesamtpaket rauskommt werde aber bin aber relativ sicher dass die rente mit 63 hier nicht zum spielball der forderung der ja ich will sagen der kleinen partei der fdp werden kann dazu haben die gar keine mehrheiten in der bevölkerung die mehrheit der bevölkerung in deutschland will dass die rente mit 63 die abschlagsfreie rente für alters für besonders langjährig versicherte weiter bestehen bleibt und da ist die rote linie die auch kanzler schulz gelegt oder gestellt hat und ich gehe mal davon aus dass man möglicherweise im rahmen der flexibilisierung rentenübergang arbeiten in der rente dass man dort möglicherweise weichen stellt die vernünftig wären wie zum beispiel steuerfreibetrag für bestimmte verdienste neben der rente oder aber dass man hier letzten endes vielleicht auch die schwedische aktienrente so einführt dass diese dann auch durch die versicherten selbst auch mit bespart werden können vielleicht ist das ja auch so eine so ein punkt wo man die fdp ein wenig besänftigen könnte aber im kern 15 euro mindestlohn finde ich prima wenn sie das auch prima finden daumen hoch ansonsten wünsche ihnen wie immer eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel